willkommen zu einem neuen video ich habe mir heute mal das freeride bike geschnappt und bin nach willingen im bike park gefahren werde heute hier ein paar runden drehen und mal gucken was sich verändert hat ich war ja auch schon gutes jahr her dass ich letztes mal hier war und werde gleich mal mit dem k1 nach oben und dann mal schauen was es neues gibt und wie es heute so läuft also wir sehen uns gleich auf der piste oh mein Gott dann füße anständig auf die pedale und einmal über die pro country aber ganz schön windig so 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 Oh, mein Gott. und gleich durch in den zweiten abschnitt 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 und die starten wir dann mit dem holzelement rein und schon sind wir auf der freeride und gleich durch in den zweiten abschnitt und hier gibt es noch eine kleine nebenstrecke mit ein paar wurzeln und die holzelemente die holzelemente hier wurden alle abgebaut und dann wird es noch nicht so gut und dann wird es noch nicht so gut und dann ist noch nicht so gut in den zweiten abschnitt und hier ist noch der erste part und ich würde sagen starten gleich durch auf den zweiten Part und diese ganz steilen Absprünge, da komme ich irgendwie nicht mehr ran so, es gibt hier wieder verschiedene Lines ich hoffe, ihr hört mich hier drunter und das war der zweite so, und ab in den letzten Abschnitt ja, viel weit ja, bessere Linien und ab in den nächsten Mal ja ja ja, an der Stelle könnt ihr abräumen hier ja und die Mitte einfach leicht ziehen ich muss mir das auch mal genau angucken so, ich bin die Strecke schon länger nicht gefahren wo man langfährt okay 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 ja 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 ich weiß noch, dass links irgendwo alle Sprünge waren rechts meine ich und ich nehme jetzt einfach mal hier links diese hübsche Wurzel ein wo wo ich sehe ja 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 also links ist hier ich zeig euch das mal gucken dass keiner kommt ich weiß nicht ob ihr das seht aber hier geht es schon mächtig runter da bin ich dann doch raus probiere ich jetzt mal mein glück hier ist aber noch ordentlich rutschig und nass da wäre das für dich gewesen hier der road gap ja aus dem alter bin ich raus wo ich sowas mache bist du doch sicher mit dem jünger das sieht auf jeden fall geil aus weiter 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 uiuiui ich erwarte es genauso so fahrt euch los das geht auf jeden Fall jetzt Was ist das? Was ist das? so da rechts ist noch strecke ne genau da da Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020